Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Küchenfunk. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjungen.com und ein altbewährter Gast ist wieder bei mir. Guten Morgen. Morgen. Ich bin der Martin aus Köln von Zubs. Nein, das bin doch ich. Ja, zack auch. Du bist doch schon viel länger wach wie ich. Bist du denn müder wie ich? Ja, definitiv. Ich muss sagen, das Kind tut mir gut. Ja, du solltest zwar einen Rhythmus in deinem Leben. Ja, ich stehe jetzt immer um halb sieben auf. Das ist total ungewohnt. Normal war das fast immer eine Stunde später. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe mich ja in den letzten Wochen auf meinen Zuschöpfer manchmal auch verlassen und konnte da mal eine Stunde länger schlafen. Jetzt Zuschöpfer weg. Hat noch Urlaub. Kein neuer Zuschöpfer. Aber die Nachfolge ist geregelt. Keine Angst. Es wird nicht bergab mit der fetten Kuh gehen. Ja, aber jetzt, wenn wir zwei Wochen immer um sechs im Laden stehen, darf auch wieder mal, darf ich das volle Programm mitmachen. Ja, früher war es wirklich so ein bisschen lazy und dann kamst du auch immer so um halb neun erst auf die Arbeit oder sowas. Und jetzt bin ich meistens um halb acht schon da. Ich mache dann so die erste Stunde richtig schön Ruhe, weil noch keine Sau da ist. Also ab acht fangen die ersten an einzutrudeln. Das macht es nämlich, kannst du erstmal in Ruhe einen Kaffee aufbrühen und dann langsam loslegen. Das ist echt gut. Musik ein bisschen laut drehen. Das ist ein guter Einstieg. Ein Leben. Ja, ist ein tolles Leben, ja. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt noch ein bisschen Podcasten vorher. Und das war aber wieder Martin. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja, das stimmt. Sonst ist das ja meistens irgendwie andersrum. Ich habe mir einfach irgendwie, ich habe ja schon eine Stunde gearbeitet, einfach mit einem Kaffeepott. Also ich habe wirklich nur fünf Liter Pappbecher mir geschnappt, mit Kaffee aufgefüllt und Milch drauf. Das ist gerade mein erster Kaffee, den ich trinke. Boah, wie hast du denn die Stunde Arbeit geschafft ohne Kaffee? Es war einfach so ein Stress, damit ich pünktlich hier bin, jetzt so, dass man an sowas gar nicht denken musste, dass man Zeit für sowas hätte. Zwischendrin habe ich schnell den Kaffee aufgesetzt, ja. Dann kam schon unser Kartoffelbauer, hat noch eine Tonne Kartoffeln geliefert. So, juhu, da muss ich nicht helfen, aber das hat trotzdem irgendwie alles aufgehalten. Denke ich mir. Machen wir hier quasi Frühstückspodcast, Frühstücksfernsehen mit dem Küchenfunk. Quasi ja, aber meinst du, die hören das morgens, die ich hören? Nein, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wir haben noch festgestellt, Sonntagsmittags zum Braten in der Küche. Ja. Gut, sehr gut. Joa, gibt es nur was zu erzählen oder war das jetzt alles? Hast du auch einen Kaffee getrunken? Sondern das noch schnell vorher erzählen. Ja, ich trinke, also mittlerweile habe ich gemerkt, auf der Arbeit trinke ich kaum noch Kaffee. Seitdem ihr den Vollautomat habt oder was? Ja, ich habe jetzt ja eine Zeit lang, ich habe drei Monate mit der Chemex Kaffee gebrüht. Aber irgendwie wurde ich das denn jetzt light, jetzt bin ich wieder ein bisschen bei grünem Tee angekommen. Also einen schönen grünen Tee, eine ganze Kanne aufgießen und dann den jetzt erstmal trinken, weil der hält halt länger lecker, wenn man den warm halten will. Also die Chemex sind zwei Tassen drin und dann hast du wieder nichts zu trinken und ich bin jetzt auch ein bisschen überdrüssig diesem Filterkaffee-Geschmack und muss das jetzt wieder ein bisschen abwechseln, damit man wieder Bock drauf hat. Also das ist jetzt bei mir im Moment so. Kann man verstehen, ja. Also ansonsten finde ich den immer noch geil. Ich habe jetzt heute Morgen auch wieder einen schönen Filterkaffee gemacht. Aber wenn du das so oft machst, dann verliert das irgendwie so ein bisschen in das Besondere. Deswegen muss da einfach mal ein bisschen Abwechslung rein. Und weitere Abwechslungen, ich weiß nicht, ob du das machst, Kaffee mit Kondensmilch? Nee. Warum nicht? Nee. Ich mag das mit einem Schuss, einfach frische Milch, fertig. Also ich muss auch keine geschäumte Milch haben oder so. Kondensmilch bin ich nicht so der Typ für. Einfach einen Schuss, frische Milch und fertig. Meine Frau mag den ja dann auch so gerne, weißt du, so aufgeschäumt und hast nicht gesehen. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, irgendwie, also jetzt gerade das Aufgeschäumte, das tut im, also da kriege ich einen, da wird mir irgendwie schlecht von. Also irgendwie kriege ich das im Magen nicht klar. Also nicht unbedingt Laktoseintoleranz oder so ein Kram, aber aufgeschäumte Milch finde ich immer ganz fies. Da kriege ich immer ein Völlegefühl nach. Nee, komme ich echt nicht drauf klar. Ja, und ich weiß nicht, habe ich das übrigens schon mal erzählt, habe bei meiner Tante, wenn die Kaffee trinken, da stand immer Milchkännchen am Tisch. Und ich habe immer die Milch genommen und habe in den Kaffee geschüttet und das war so lecker. Ich meine, was ist das? Ja, okay, das ist ein bisschen dickflüssiger, das ist bestimmt Kondensmilch. Nee, es ist Sahne, flüssige Sahne und das musst du echt mal machen, wenn du einen richtig geilen Filterkaffee hast, einfach ein bisschen Sahne da rein. Dieses Fettige gibt dem so ein, vielleicht ist das auch nur was für den Nachmittag bei einem Stück Kuchen und sowas, aber es hat so richtig... Das soll ich gerade sagen. Das hat wirklich einen wunderschönen Geschmack im Mund. Der Kaffee wird da so wunderschön transportiert. Das kann ich echt nur mal empfehlen. Einfach mal einen schönen Filterkaffee mit frischer Sahne. Also ich habe das schon mal aus Verzweiflung gemacht, weil wir keine Milch da hatten und ich meinen Kaffee nicht schwarz trinke. Ich fand es nicht so geil, aber vielleicht, wie du gesagt hast, falsche Uhrzeit, vielleicht auch falscher Kaffee. Vielleicht falsche Voraussetzungen vielleicht, indem du dir das ja als Notnagel gesehen hast und nicht als besonderes. Ja, ich wollte in dem Moment was anderes haben. Deswegen konnte man es mir nicht recht machen. Gerade mit Kaffee ist das ja so ein bisschen schwieriger. Ich will, ich will, ich will. Aber soll ich dir erzählen, was für jetzt geiles Kühlregal bei uns stehen? Haben wir so einen Kühlschrank? Ich kann es mir schon denken. Also es geht um Kaffee. Ja, ja. Cold Roof von Ernst. So sieht es aus. Das ist so ein kleines Fanboy-Projekt von mir. Wir verkaufen jetzt auch nicht wirklich viel davon, aber... Warum nur? Der Laden ist gegenüber. Ja, aber bis wann hat der denn auf? Ja, das stimmt. Und der ist jetzt auch nicht teurer oder so. Weißt du, der Gedanke ist einfach so nach dem Burger, man hat ja eh keine Ruhe da zu sitzen, dann nimmt man sich einfach so ein Fläschchen und nimmt das mit und trinkt sich so seinen Cold Poo, quasi Kaffeeersatz, auf dem Weg nach Hause. Ja, ich werde es hoffentlich beim nächsten Mal, weil ich habe ja auch immer, wenn ich in die fette Kuh komme, bin ich so spät, dass Ernst schon zu hat. Ja, genau dafür... Da werde ich mich freuen. Okay, du hast recht, ja. Siehst du? Und ja, letztes Jahr hatten wir diesen grandiosen Kenianer als Cold Poo hier bei Ernst immer getrunken. Dieses Jahr haben sie noch eine andere Sorte, da haben wir jetzt so... Ich war so ein bisschen dabei, weil bei denen auf Eis schmecken die anderen Cold Poo's auch ziemlich geil, aber in der Flasche war da nochmal eine andere Nummer. Okay. Und da musste ich mich ziemlich viel durchprobieren. Oh, hast du beraterische Tätigkeiten raushängen lassen, hä? Nein, aber ich habe vielleicht den interessierten Endkunden gespielt, keine Ahnung. Gespielt. Ja. Martin wird zum Gespiele. Ja, auf jeden Fall. Sehr lecker. Ja. Schöner Cold Poo ist einfach was Feines. Ich glaube, dieses Jahr wird es auch definitiv noch mehr durch die Decke gehen. Ja, ich freue mich auch schon wieder. Unser Thema. Lässt ja war es so ein bisschen spät im Sommer irgendwie, das Thema, ne? Ja, also ich habe... Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Aber gerade so nachmittags in der Agentur, wenn es richtig schön heiß war, einfach Eis, Tonic. Und das war mega gut. Mhm. Richtig cool. Ja. Und sonst so bei dir? Ach. Hast du noch was anderes zu trinken, außer Kaffee? Äh, ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Gestern Abend eine kleine Bierorgie gefeiert. Und, äh, mit unserem Niederländisch-Kurs hat unsere Lehrerin Biere mitgebracht aus, äh, Holland. Das waren zwar belgische Biere, aber, joa, ein bisschen gegrillt und... Sauber. Der sieht gut aus. Nee, war auch echt lecker. Also, mein Lieblingsbier war dabei, das La Chouf, äh, mit dem kleinen Zwerg oder... Was ist das? Äh, Zwerg, oder? Schlumpf ist es nicht. Eine rote Zipfelmütze. Ähm. Das ist ein Zwerg, ja. Acht Prozent hat das Ding. Das macht echt richtig Laune. Also, ich hab mir jetzt auch fest vorgenommen, wir sind im Sommer, ähm, wieder in Holland. Muss ich mir unbedingt davon ein paar Flaschen mal mitnehmen. Weil das kriegst du hier bei uns echt nicht so einfach. Mhm. Oder nur sehr teuer. Ja, das ist wohl wahr. Und das ist echt nicht weit mehr über die Grenze von uns aus. Mhm. Alle anderen haben leider ein bisschen Pech gehabt in Deutschland, die das jetzt gehört. wird. Ja, wir müssen, äh, im und exporten. Da müssen wir das wieder so teuer verkaufen, dass es keiner kaufen will. Das ist doch... Ja, das ist, äh, das ist, ähm, das Problem. Ja. Man kann übrigens, ähm, wieder selbst Werbung, äh, Eigenwerbung, man kann übrigens das fette Wies und das fette IPA jetzt auch online kaufen. Na, dann endlich. Nachdem wir das Wann angekündigt haben in unserer, äh, Release-Folge im Februar von dem Bier, haben wir das schon erzählt, ne? Ja. Aber man kann das jetzt wirklich bestellen? Kann das jetzt wirklich bestellen. Im Bierlager, oder? Ja, genau, das läuft über Bierlager. Das sind unsere Nachbarn quer gegenüber, die, äh, extrem Gas geben in Sachen Craft Beer in Köln. Die waren von, den gibt's ja jetzt auch über einen halben Tag, glaub ich, in den Shop, ne? Mhm. Und, ähm, ja. Der hat jetzt alleine irgendwie hundert neue Sorten amerikanische Bier reinbekommen. So kranke Geschichten macht er halt, ne? Okay. Boah, ähm, und das fette gibt's jetzt auch dort. Er sollt auf jeden Fall daran arbeiten, schönere Fotos von seinen Bieren in den Onlineshop zu machen. Ähm, wenn du drauf klickst, dann hast du ein schönes Foto. Ja, ja, aber diese, diese kleinsten, kleinen Bilder von den Etiketten sehen echt. Genau, sehe ich genauso. Ja. Ich glaube, ich schicke ihnen einfach mal, ähm, zwei Etiketten oder so, ähm, Druckvorlagen für die Etiketten. Soll er da reinmachen oder so. Ja, ich, äh, ich, äh, nehm es in die Shownotes auf, also, das fette Wies, äh, im Onlineshop vom Bierlager, nachdem wir das schon so lange angekündigt haben. Ja, ich verdiene, ähm, übrigens daran keinen Cent. Ja. Ich sag euch das nur, weil es ein leckeres Bier ist. Ja. Ja. Das können wir dir ja sogar glauben. Ja. Das ist, ähm, kommt auch wirklich gut an. Und, ähm, ich sag nur, so, äh, so viel, ähm, für das Wies planen wir auch einen Kastenverkauf. Also, wer, wer, wer einen Kasten kaufen will in irgendeiner fetten Kuh, der kriegt auch einen. Kastenverkauf. Und das ist dann natürlich nicht so teuer, dass, ähm, ihr 20 mal 2,90 Euro rechnen sagtet. Nee, nee, nee. Das ist schon eine fair kalkulierte Sache. Er kostet schon 3,20 Euro, die Flasche. Ist ja auch noch Kasten mit dabei. Ja. Nee, nee, nee. Alles gut. Ja. Ja, das, ähm, das ist so das eine. Ich, äh, gestern war ich beim Fritz zu Besuch. Vielleicht hast du das dann gesehen. Alemania Ale hab ich gesehen, ne? Ja. Sehr geil. Also, ich hab, ähm, wollte sowieso mal immer zu ihm, ne? Und unser IPA ist aus. Und das ist halt echt schwierig, ähm, an sein Bier zu kommen. Und irgendwie hab ich ihn dann nochmal rangekriegt. Und er hat gesagt, er hat noch ein paar Kästen da. Und dann hab ich gesagt, okay, ich hol das. Damit wir das selber da haben, ne? Ja. Das ist immer das, ähm, ja, das, das für ihn Gute, aber auch irgendwie gleichzeitig noch traurige. Der macht ein richtig geiles Bier und der macht alles selber. Aber er hat so eine hohe Nachfrage, dass er dem noch nicht gerecht wird. Und er ist noch nicht so mit seiner Brauerei fertig, ne? Der macht ja halt alles in seiner Brauerei selber. Also, vom Sudhaus, also, der baut sich das da gerade alles so zurecht. Und hat irgendwie vor in einem Jahr jetzt komplett fertig zu sein. Er kann zumindest jetzt schon mal ein bisschen brauen, ne? Mhm. Ja, und, ähm, haben wir mal ein paar Kisten abgeholt bei ihm. Aber er hat, äh, nur Dose, oder? Hat er mittlerweile Flasche? Ne, der hat, der hat, der macht viel Dose und so. Der will sich auch auf Dose mit der, vor allen Dingen mit der Guse, ähm, 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 drauf konzentrieren, ne? Er macht auch Flasche, ne? Ja, und Flasche hat er jetzt, ähm, er hat ja so eine manuelle Apfellanlage und jetzt hat er halt eine automatische Apfellanlage, ne? Und damit kann der bald richtig, also, die läuft auch schon, damit kann er jetzt bald richtig Gas geben, ne? Das wird dann richtig interessant auch. Krass. Ja, also, er muss halt da noch ein paar Sachen machen und, ähm, mega gutes Bier hier aus der Region. Mhm. Ist halt einer der Ersten, die so am Start waren. Der war ja eigentlich vor dem Hype schon da. Der hat einfach Craft Beer gemacht, wo sich keiner in Deutschland dafür interessiert hat. Ja. War direkt schon mit einem guten Produkt da. Der könnte quasi eigentlich, also vor allem hat er wirklich einer der besten IPAs, die in Deutschland gebraucht werden, meiner Meinung nach, ne? Könnte er wirklich sich schon etabliert haben, aber er kann halt nur nicht liefern. Aber einfach nur, weil er so konsequent bleibt. Das ist das Geile an Fritz, ne? Er sagt nicht so, ja, ich mach das hier und so und so und hier auf der fremden Anlage im größeren Stil oder so. Nein, ich mach das bei mir und ich mach das alles selber und das ist alles Handarbeit. Er holt sich nur zum Abfüllen, ähm, der Flaschen holt er sich dann noch zwei, drei Hilfen dazu. Mhm. Und den Rest macht er komplett alleine, ne? Ne? Neben seinen Hauptjob, ne? Das ist das Gast. Achso, okay. Der hat ja noch einen Job, ne? Und, äh, ja, mega Respekt, was der da so auf die Beine gestellt hat nebenbei, ja. Also sag mal, ich würde da gerne auch nochmal hin. Ich, äh, würde mal gerne da hin, weil ich war noch nie da und, äh, ist ja wirklich bei mir auch um die Ecke. Sollte man mal vereinbaren, ist ja, das dauert ja eine halbe Stunde mit dem Auto von mir. Ja. Das ist ja quasi in der Mitte eigentlich von uns beiden, ne? Genau. Ja. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Sollten wir mal in Festnagel, wenn er ein neues Bier ansetzt. Ja. Ich war auch letztes Wochenende in Bonn im, äh, neuen Pizzaladen. Im Skunizo? Skunizo. Skunizo. Der Straßenjunge auf Italienisch, ne? Genau. Ja. Warst du mal schon mal testen? Genau. Sind sie, sind sie schon in richtigen Betrieb? Ne, ne? Die machen auch noch Testbetrieb, oder? Die machen Testbetrieb, haben Speisekarten halt, äh, im Pre-Opening-Menu. Äh, aber sind halt offen. Also haben schon Öffnungszeiten voll, voll und ganz. Und grooven sich gerade ein. Und wahrscheinlich, irgendwann sagen sie, wir sind jetzt, äh, zufrieden mit dem Produkt und jetzt sind wir offiziell open. Ja. Genau. Also war auf jeden Fall, äh, äh, nice. Vom, äh, die Einrichtungen. Wie ist der Teig? Das ist die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage. Äh, geil. Also der Teig ist echt geil. Die haben, ähm, wie man das auch aus dem 485 Grad kennt, äh, ja, von der Größe der Pizza her und von der, von den Bräunungsgraden außenrum. Auch den dunkleren Stellen ist ähnlich. Mhm. Aber der Teig hat echt, ist echt nochmal besser. Muss, muss ich echt sagen. Also, ähm, er war durch und durch, äh, gegart, knusprig obendrauf, ähm, saftig innen immer noch, äh, aber nicht noch roh. Es war total super ausgewogen. Also, ja, echt, echt schön. Ja, cool. Kann ich echt. Ja, das, ich glaube, das, ähm, Konzept von Scunizzo ist ja, ähm, dass die Pizzerien nehmen, bestehende Pizzerien, die, ähm, die von dem Lieferanten beliefert werden, mit denen der Thorsten zusammenarbeitet. Und die werden dann gebrandet als Scunizzo, kriegen den passenden Ofen und kriegen das dann halt beigebracht. So kann jede quasi traditionelle italienische Pizzeria quasi mehr so auf die traditionellen Wurzeln wieder zurückbesonnen werden, ne? Eigentlich eine sehr geile Idee. Ja. Also, der, der Laden war, fand ich, mega schön eingerichtet. Das hatte so ein bisschen, ähm, ähm, Industrie-Charme. Ähm, war, äh, du bist dann nach hinten runtergegangen, war ein bisschen verwinkelt, aber, äh, im Unterteil ist es ein bisschen dunkel, aber gut, ähm, kann man, ähm, kann man auch nichts dran machen. Äh, aber dann so ein bisschen used industrial look. Okay. Und das war wirklich sehr, sehr nice gemacht. Also, ich hab, äh, ein paar Bilder noch gemacht. Ich muss mal gucken, wo ich die mal, äh, hochladen kann. Ähm, hat mir echt gut gefallen. Aber es ist schon lustig, dass der zweite Laden, den die auch machen wollen, den ersten Laden quasi überholt hat, ne? Weil ich glaub, hier ist noch kein Testbetrieb. Ich weiß es nicht. Der Thorsten Goffen, war der nicht, äh, da? Ich hab das auf Facebook nur gesehen. Ja, aber, ähm, der hat ja, ähm, zu Karneval ja sogar schon Pizzen rausgegeben. Oh. Aus dem quasi leeren Umrinde, also aus dem Laden, der komplett leer stand, wo nur der Pizzaofen drin ist, ne? Hm, okay. Ja, also, der, der braucht noch definitiv, ähm, ein paar Tage, bis er hier fertig ist. Kann man sich auf jeden Fall mal auf, äh, Facebook auch angucken. Da hat der, äh, auch Fortschritt, wird, äh, postet der ja, glaub ich. Ähm, die waren jetzt mit, äh, an den Bildern, an den Wänden schon dran, so wie ich, was ich gesehen habe. Ja, also dann. Also, ich hab nichts gehört hier in Sachen, also, ist ja nur, ist ja kein Kilometer von hier, ne? Ähm, von wegen Testbetrieb oder so. Ah, okay. Ne, also ich war echt begeistert und von den, äh, Pizzen her hat er, ähm, er fängt, glaub ich, mit zwei Pizzen an, ohne, ähm, ohne Käse. Mhm. Was echt ein ganz witziger, ähm, Start war, das sind, äh, mit Sardellen und Kapern, war eine, die fand ich, fand ich sehr gut, äh, Sardellen, Kapern und Oliven und die, äh, Varianten mit, ähm, mit Käse, eine Salami und eine halt mit Büffel, Mozzarella und Tomaten, äh, und Basilikum und, ähm, da macht der dann auch so Spiele rein, weil es noch Pecorino mit, hier und da noch mit drauf ist und das gibt eine wunderschöne Würze, äh, auf dem Belag. Das ist so ein Mix aus, äh, Büffel, also aus Mozzarella und, äh, Pecorino. Also die Salami-Pizza war mega gut. Hast du vier Pizzen gegessen? Ähm, wie kommt das denn nochmal wieder raus? Äh, drei Pizzen haben wir gegessen. Ach so, zusammen, ja. Und wir haben die Hälfte der dritten mitgenommen, ähm, ja, ich wollte es einfach wissen. Ähm, was ein bisschen schwierig war bei der mit dem Mozzarella, äh, das ist halt oder das Mozzarella-Problem, dass die, ähm, ein bisschen wässrig war und dadurch in der Mitte ein bisschen durchgesuppt ist. Also ich weiß nicht, ob das, äh, jetzt der Trick bei der Pizza ist, äh, die ist in der Mitte wahnsinnig dünn, also geht fast Richtung Papier dick. Okay. Und geht dann immer dicker nach außen. Ich weiß nicht, ob das der Trick ist, dass das Ding super gart. Also von dem Garen her war es super. Die, ähm, Salami-Pizza war auch in der Mitte noch, ähm, fest. Aber bei der Mozzarella war das halt echt schwierig. Weil der dann, sobald der ein bisschen Wasser gelassen hat, ist dann die Mitte ziemlich nass geworden und du konntest, also wie ich gerne Pizza esse, einfach so ein, äh, so ein Kuchenstück nicht nehmen und essen, weil das Ding halt komplett runtergeklappt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Ja, und das war halt bei dem, äh, bei Salami war das ohne Probleme möglich. Und, ähm, cool. Die Zusammenstellung von den Produkten her war echt sehr, sehr geil. Ja, so napolitanische Pizzerien sind jetzt ganz schön im Aufwind, ne? Überhaupt in Deutschland. Also ich, äh, das ist ja jetzt in Bonn und ich bin in dem Viertel, also das ist Altstadt, früher noch nie gewesen. Und ich war ganz überrascht, wie cool eigentlich dieses, äh, dieses Viertel ist. Weil, ähm, da waren dann irgendwie schräg gegenüber, hinten war ein portugiesisches, ähm, äh, äh, Restaurant. Und da tummelten sich Studenten, Biertische davor, alles so ein bisschen, ich weiß es nicht, äh, das so wie in, so ein Ehrenfeld, so ein bisschen alternative Geschäfte, was, so Special-Interest-Geschichten, ähm, und dann halt die alten, ähm, Fassaden. Also es war echt, es war echt schön da. Äh, muss ich auf jeden Fall nochmal öfter hinkommen. Das Problem ist halt, dass du, wenn du jetzt in der Innenstadt bist, ein Stückchen laufen musst, bis du da bist. Also du kommst nicht zufällig dran vorbei. Okay. Ja, aber ich glaube, gerade bei diesem Konzept spricht sich das ja wieder rum und dann kommen die Leute gezielt. Guck mal, bei uns läuft man ja auch nicht zwangsläufig dran vorbei. Nicht jeder fährt über die Bonnerstraße. Naja, gut. Das ist aber schon ein, gerade wenn du aus Süden kommst, äh... Ja, schon eine Durchfahrtsstraße, klar. Aber, ähm, ähm, die meisten essen nicht bei uns, weil sie eh gerade hier sind. Also wenn man ein gutes Produkt hat, kann man da durchaus auch es auch schaffen, die Leute zu sich zu bewegen. Ja. Haben dann, äh, von den Bieren her, die sie da haben, diese, äh, Riegele-Biere? Heißt die? Ja, Riegele, ne? Mhm. Ähm, verschiedenste Nummern von denen. Ich glaube, das waren auch bestimmt vier oder fünf verschiedene Biere. Ähm, Wein. Kein, kein, kein Fritz, äh, hier, Alemania? Ich glaube nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe mich aber nicht so auf Bier fokussiert. Wir haben einen Pizza-Wein dazu geholt. Das ist dann in so Bügelflaschen, füllen die das ab in zwei Größen. Ähm, ja. War in Ordnung für Pizza-Essen. War super. War echt gut. Du hast keine Marke, weiß nicht genau, wo er herkommt, aber das war auch in Ordnung. Also ein leckerer Wein, wunderbar zur Pizza. Und... Ja, das hat er ja auch schon versprochen gehabt damals. Das hat er ja gesagt. Der will so ein, so ein, quasi ein, du kannst günstig ein Wasser, eine Flasche Wasser oder eine Karaffe Wasser dazu bestellen, ne? Und du kannst halt super günstig quasi Wein dazu trinken. Ja. Du musst halt nicht für 27 Euro die Flasche Wein bestellen, sondern... Feli hat auch seinen Charme, aber es ist nicht unbedingt nötig. Ja, er wollte das so eher so authentisch machen, wie man es so in Italien eh macht. Wenn man mal so sagen, ähm, ich glaub, die günstigste Pizza fängt um die 6 Euro an. Das ist dann auch die ohne Käse. Ähm, aber die Zutaten sind wirklich, äh, auf den Punkt. Also ich denke mal, äh, es lohnt sich eigentlich, das auch dann auszugeben. Weil man einfach, äh, bei den Produkten schmeckt, dass es was Besonderes ist. Aber es ist halt was anderes, wie wenn man eine Pizza um die Ecke gerade schnell irgendwo was holt, dann bist du bei, äh, 6 Euro, ja, kriegst du dann vielleicht schon deine Salami woanders. Mit der Erwartung darfst du halt nicht da hingehen. Ja, das ist klar. Ja. Das ist bei den Bürgern genau das gleich. Ja. Und was ich, äh, dann sehr schön fand, ähm, hab ich so auch noch nicht gegessen. Die haben als, äh, Antipasti vorweg ein paar Sachen gehabt. Ähm, da gab's, ähm, Oliven aus dem Ofen. Total simpel. Aber die haben einfach ein Schälchen, ein Keramik-Schälchen, wo sie dann Oliven, äh, mit Steinen drin haben. Und die kommen einfach kurz in den Ofen. Und, äh, eigentlich so simpel das auch ist. Schmeckt hammermäßig genial, wenn die so ein bisschen, äh, Farbe oben drauf gekriegt haben und warm sind. Okay. Also, ähm, fürs Aroma echt, äh, sehr schön. Und die haben da drüber ein, äh, so ein Schnee aus, äh, Petersilie und abgeriebener Zitronenschale. Also, so einfach da drüber gestreut. Und das war so, so aromatisch. Ich weiß nicht, ob das an den Zitronen lag, äh, äh. Wollte gerade sagen, das ist schon eine Aromabombe, wa? Das war echt schön. Also, wir haben ihn, äh, dann nach den Pizzen noch, ich, ich musste mich unbedingt probieren. Ich hab's gelesen und dachte hier, das, äh, das hatten wir dann auch noch gegessen. Von daher, äh, ähm, war das eine ganz schöne Orgie. Nicht schlecht. Kann man empfehlen, ja? Augen, man sollte die Augen aufhalten. Vielleicht gibt's ja auch bei euch in der Nähe, weil ein Skuni-Zubzerier. Könnte sein. Ähm, äh, sollte auch erwähnen, 485 Grad gibt's jetzt auch in Düsseldorf, hab ich gesehen. Gibt's in Düsseldorf, da war ja Opening-Party, glaub ich, vor zwei Wochen. Mhm, und der nächste ist auch schon angekündigt. Ich glaube, Hamburg wird's. Hamburg, okay. Und, äh, und dafür macht's, Jamie Oliver macht bei uns ein Restaurant auf in Köln. Der sucht gerade eine Location. Es passieren Sachen hier, du. Für welche Location, äh, für welches Restaurant? Der hat ja verschiedene Zweige, oder? Ich glaube, der macht dieses Italy auf, oder wie heißt das nochmal von ihm? Jamie's Italy oder so? Oder Jamie's Italian? Ja, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Also, er sucht auf jeden Fall, ähm, eine Location. So viel, ähm, 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 zu der Gerüchteküche hier in Köln. Noch mehr Gerüchte, Martin? Aber es hat ja auch, es hat ja auch, äh, es hat ja auch, ähm, gestimmt, äh, es war ja auch letztes Mal so richtig, da war ja, Anthony Baudin war ja hier in Köln, ne? Mhm. Und, ähm, wurde ja so ein paar Orten gesichtet. Und, ähm, jetzt ist der Trailer von seiner Sendung draußen und, ähm, in der Ankündigung, oh Wunder, Köln ist mit dabei. Aha, okay. Die fette Kuh? Hm? Nee. Nee. Ja, so, ey, das ist ja auch, glaube ich, das Problem, ne? Normalerweise denkt man so, ja, da muss ja in die fette Kuh gehen, aber muss er halt nicht, weil, was, was guckt er sich in Köln an? Die Brauhauskultur. Ja, gut. Ne? Der, der, der geht nicht nach Köln wegen Bürger. Ne, das glaube ich auch nicht, ja. Ja. Wo er das vielleicht mal machen sollte. Hätte er machen sollen, ja. Verdammt. Wir haben auch, äh, wir haben auch, ähm, die Augen aufgehalten. Wolltet ihm in den Weg springen. Ja. Aber, ähm, ach, weißt du so, wenn du weißt, er ist da, du glaubst doch nicht, dass seine Produktionsfirma schon irgendwie nicht alles abgeschickt hat, die Location, wo er hingeht. Also, ich glaube, da sind die Amis schon ein bisschen weiter. Also, von daher, ja. Ich bin einfach mal gespannt, wie es so wird, was er so über Köln zu erzählen hat. Ja. Was dann ganz, äh, witzig war, nachdem ich ja dann, äh, im Skognizo am Samstag gewesen bin, bin ich abends noch in den, das Heimatörtchen, äh, von der Mutter meiner Frau gefahren, musste dann noch was abgeben. War halb acht, keine Ahnung. Ähm, komme am Orts, äh, Backes vorbei und sehe Qualm aufsteigen. Habe gedacht, aha. Ähm, die haben dann ihren alten Backes angeschmissen und waren da am Brot backen. Da musste ich natürlich anhalten, äh, und mal gerade schauen, was sie da so fabrizieren. Ich kenne einen von denen. Und, äh, ja, da lag der ganze Ofen, also der Backes voll mit, äh, schönen Broten verschiedenster Couleur. Und, äh, just in dem Moment, äh, wo ich dann wieder fahren wollte, sind die ersten rausgekommen. Das waren, ähm, Platz, Stuten, also süßes, süßes Brot kam frisch aus dem Ofen raus. Und das war der Hammer. Also, das war das erste Mal, dass die das, äh, ausprobiert haben. Und, ähm, unglaublich. Also, ich meine, warmes Brot ist ja eh top of the pops, aber dieses, äh, Stuten, ähm, mit und ohne Rosinen, hat mich echt, äh, total geflasht. Also, wir haben das noch warm, eine Scheibe davon gegessen. Ich wollte gar nicht mehr weg. Da hat er Lunte gerochen und es ist direkt da hingegangen und, äh, ja. Ja. Jackpot. Ja. Ist halt, äh, das Trüffelschwein. Christian hat wieder zugeschlagen. Ja. Wann übernimmst du die ganze Sache mit den Backes? Du kannst die mieten, habe ich jetzt gehört. Also, du kannst, ähm, für 20 Euro kannst du das Ding mieten. Du musst halt nur wissen, wie er angeht. Okay. Ja, dann mietest du sowas und dann kriegst du dich zum Laufen, wäre auch schade, ne? Ja, aber vielleicht, äh, kriegt man ja Hilfe. Wir machen da mal ein Meetup, Martin. Was hältst du davon? Ja, ein Meetup. Grillen wir, wie, wie heißt, kriegt man den? Kriegt man den auf 800 Grad oder so? Ja, 800. 800 nicht. Können wir da Stacks reinschieben. Aber wir können da vielleicht irgendwas Meetup Richtung Schmoren. Ja. Wird das Ding vorgeheizt und jeder bringt dem Bräter irgendwas geiles mit und dann wird das da reingekloppt. Ja, aber wir grillen davor und backen gleichzeitig. Irgendwie so. Aber, ähm, ja, aber wann? Ja, das kann man auch gut im Winter machen. Wir können es ja mal im Hinterkopf behalten. Ja, das sollte man machen. Vielleicht an, irgendwie angrillen oder so. Anbacken. Anbacken. Alle regen sich ja auf, wenn man sagt angrillen. Machen wir anbacken. Wieso regen sich die Leute auf, wenn wir angrillen? Ja, das sind so, ich bin echt der Griller. Ich brauche nicht angrillen. Das ganze Jahr ist meine Grillsaison. Also mit so kreisen verkehre ich gar nicht. Wo so Leute sind, die sich darüber aufregen. Die freuen sich immer alle, wenn was gegrillt auf den Tisch kommt. Ne, aber von daher, ähm, anbacken. Ja, das hört sich ja lustig an. Ja. So, jeder bringt was mit, schmeißt es da rein. Ja, Düppekuche oder alles mögliche. Kann man einfach mal mitspielen. Machen wir mal überlegen. Also ich würde es gerne mal machen. Also ich habe ja schon mal Pizza dann gemacht und so, aber da könnte man ja auch noch ein bisschen weiter mitspielen. Ich habe dir ja, ich habe dir ja letztes Mal bestimmt schon von den Bacon-Zimtschnecken mit Savajon erzählt. Ja, genau. So, was könnte man da machen. Sehr gut. Das war echt richtig geil. Da bin ich dabei. Ja, ähm, apropos dabei. Habe euch erzählt, dass ich beim Burger Clash teilnehme? Ja, ich glaube, das hast du erzählt. Wann ist der? Ja, der ist, boah. Im Mai, ne? Im Mai. 21. Mai oder so. Am Samstag ist unser Probetraining quasi. Ach, du trainierst, du Anfänger. Ja, ja, ja. Wir müssen uns abstimmen halt, ne? Also wir haben unsere Probe grillen, wo wir dann eben halt noch ein paar Sachen ausprobieren. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich weiß nicht, ob wir das Dinge dieses Jahr reißen, aber das wollen wir ja gar nicht, aber wir wollen halt ein bisschen Spaß haben. Ja, du möchtest einfach den Verlust, also die Trauer klein halten, wenn du es nicht packst, ne? Ja, ich will die Erwartungen nicht so hoch halten. Letztes Jahr ist es die Bacon-Bomb geworden, ne? Ja, und Uwe Feller wird so mega auffahren. Ich weiß das schon. Burger Clash, wer das nicht kennt, das ist so eine Veranstaltung, wo ganz viele Streetfood-Stände kommen. Und dieses Jahr sind sogar ein paar Burgerbuden dabei. Also nicht die fette Kuh, nicht verwechselnd, dass ich bin zwar da, aber nicht die fette Kuh. Ich mache das einfach mit ein paar Freunden und Spaß, kriegen wir ein paar Burger. Und ja, das wird lustig. Letztes Jahr, ich habe vier oder fünf Burger gegessen, unterschiedlichster Weise. Zushi Kocht, ich türkisch, der hat schöne Zuschuk-Burger gemacht. Da fehlt es vielleicht noch am Finishing, der war auch mit dem Brötchen noch nicht ganz zufrieden. Dann die Bacon-Bomb war wirklich in dem ja der Kracher. Mal gucken, was er sich da eingefallen lassen hat, um das wieder dieses Jahr zu schaffen. Da war, was war noch geil? Der Peanut Butter Bacon-Burger. Das ist halt so eine amerikanische klassische Kreation, die ich schon immer mal probieren wollte. Konnte halt da mal probieren. Ja, und das gibt ganz viele, das ist geil, ganz viele Foodstände, so, aber Streetfood-Stände, die, also das ist ein ganz anderes Produkt machen und dort das, ihr Produkt einfach als Burger machen. Und dadurch ist das auch eine mega Inspiration. Ja. Ja, finde ich auch immer schön, einfach so aus anderen Bereichen, also Produkte zu nehmen und die dann in Burger zu gießen. So sieht es aus. Lecker. Ja. Ich habe heute auch schon klargemacht, wir haben auch einen richtig schönen fetten Grill am Start. Ja. Sehr schön. Ja, das ist so ein Termin, den wir euch festhalten sollten. Die Weindogs dürft ihr nicht vergessen. Das sind auch bald, ne? Ja, in zwei Wochen sind, machen wir die Weindogs auf dem Denauer Weinfrühling. 23.24. April und wir sind Stand Nummer 13 mit Julia Bertram zusammen. Ich habe jetzt gesehen, welche Weine sie da auffahren wird und da sind echt Schätzchen dabei. Also aus ihrem Fass Nummer 1 2013 kann man auch aus großen Flaschen gläsierenweise ihren ersten Wein probieren. Also das ist der allererste und sie hat natürlich auch viel mehr mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird mit unseren Hotdogs im Weinberg. Ich hoffe, wir kommen mit den Mengen hin. Ja, aber wenn ihr ausverkauft seid, dann gibt es nichts Besseres, als dann frühzeitig wegen Erfolg die Bude zu machen, oder? Ist ja gut. Wenn es so rum ist, ist es ja auch gut, wenn ich auf 200 Würstchen sitzen bleibe. Ja, machst du ein neues Business auch, ne? Ja, dann esse ich erstmal ein halbes Jahr lang Würstchen. Ich kann so tolle Gerichte aus Wurst machen. Wurst-Ragout, Wurst-Gulasch, Würstchen mit Nudeln, Würstchen mit Kartoffeln. Auf der Arbeit haben sie schon Angst, ja. Das könnte nämlich dann übel ausfallen. Ach, schon gedroht, ja? Ja, ich habe gesagt, wenn es was übrig bleibt, wird nachgegessen. Ich bin gespannt. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Bla, bla, bla. Wir werden sehen. Ne, man muss ja wieder tief stapeln, damit die Enttäuschung nicht so groß ist. Ach, das war beim Burger-Klech, ja, ja, genau. Gutes Motto, gutes Motto. Wir machen das so, würde ich sagen. Hauptsache, du hast auch Spaß an dem Tag. Ja, ich denke auch. Also zur Not kamen wir ja guten Wein da. Das können wir uns schön saufen. Ja, auch eine gute Idee. Wenn das Wetter stimmt, wird es auf jeden Fall, glaube ich, mega. Dann könnten wir uns wahrscheinlich nicht retten. Wären wir wahrscheinlich überrannt. Aber wer weiß, wer weiß. Ja. Vielleicht verstehen die Leute ja auch das Produkt nicht. Also, wir sind ja auf dem Land. Wir sind ja nicht in der Großstadt, wo mit Streetfood gerade dann um sich rum geworfen wird. Ja, weil, ich meine, du gehst da wandern und dann kriegst du eine Wurst. Ja, es sind halt 13 Stände. Das ist doch spannend. Ja, du kriegst aber, das sind 13 Stände und du hast 13 Mal auch Essen dabei. Du weißt ja jetzt nicht genau, was die Leute dann noch für den Hunger haben oder nicht oder woanders gegessen haben oder. Ach, wir lassen uns da mal ganz fröhlich überraschen. Und Weindogs essen. Hast du schon mal gegoogelt, ob die schon mal jemand gemacht hat? Nee. Komm, ich gucke das mal. Weindogs. Nur hier direkt. Haha, ist das geil. Weindogs, Original Winery Dog Book. Also, es geht um Hunde auf Weingütern. Das gibt es schon. Es gibt ja auch ohne Scheiß ein Hundefleisch-Festival in China. Hundefleisch-Festival? Kriegen die Hunde was Leckeres zu essen? Nicht ganz. Ja. Was ich auch geiles gestern gesehen habe in einem Video, das will ich unbedingt mal machen. Du kennst ja Langosch, ne? Das. Rap Burger. Ja, genau. Hast du es gesehen? Ja. Wo der ganze Burger gegrillt wird. Dann kommen Toppings auf den Burger drauf und dann wird der Teig um den Burger geformt und dann frittiert, ausgebacken. Ja. Ist bestimmt gut. Wirklich. Das ist irgendwie bulgarisch oder sowas, habe ich gesehen. Ungarisch-bulgarisch, habe ich auch so im Hinterkopf. Und was ist das? Ist ein Teig mit Quark oder sowas? Es war mit Samarham. Irgendwie so. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ich habe es nur im Video so gesehen. Ich weiß gar nicht genau, wie der Teig gemacht wird. Normal wird das wie so eine Pizza ausgebreitet und dann entweder so frittiert oder frittiert und dann nochmal mit Käse und ein paar Zutaten überbacken. Mhm. Ich finde das Video leider nicht. Wenn du es nochmal hast, sonst müsst ihr mal googeln. Also das sah auf jeden Fall mega aus. Schwierig wird es dann wahrscheinlich, dass du das Fleisch auch noch Medium innen drin kriegst. Musst du einfach, glaube ich, ein bisschen rum experimentieren, oder? Ja, ich glaube, dass der Burger nicht mal so richtig mega nachgart. Geil, wenn du Burger und Langos googelst, dann kriegst du auch direkt ein Foto davon. Langos. Ich wusste nicht, wie der Teig heißt. Das haben sie irgendwie nicht so richtig gesehen. Ja, da ist es. Ja. Ja. Sehr geil. Gibt es direkt drittes Ergebnis, Chefkoch. Zweites Ergebnis. Frittier-Burger im Langosch-Teigmantel. Rezept mit Bild. Nein. Natürlich. Ach, guck mal, den Scheiß gab es auch sogar schon hier. Wir sind ja schon voll alt. Das hat am 30.11. der Jumbo schon bei Galileo gemacht. Ja, mei. Jetzt sind ja hier alte Kamillen. Ja. Wenn der Jumbo das schon gemacht hat. Wah. Wer ist Jumbo? Kennst du diese Kante da von Galileo, der dann da irgendwie, wenn es um Essen geht, immer irgendwie sich da einmischt und dann da irgendwas macht? Nee. Ich gucke so wenig Fernsehen, glaube ich. Ja. Also ich gucke auch so gut wie gar keinen Fernseher. Ich gucke eigentlich nur so irgendwelche Videostreams oder irgendwas. Trotzdem kenn ich ihn. Naja. Ich gucke aber auch manchmal Galileo, muss ich gestehen. Ja. Aber das ist so Galileo ist meistens Quatsch. Aber frittierte Burger in Langosch-Teigmantel gibt es tatsächlich hier. Krass. Ja. Ja, ich habe jetzt, apropos Burger, am Wochenende mein zweites Pulled Pork im Backofen verkackt wieder. Also... Man macht das ja auch nicht im Backofen. Jaha. Ich wohne hier mitten in der Stadt, habe keinen Garten und habe keinen Bock neben meinem Grill zu campen um 24 Stunden. Ach du Scheiß. Weißt du, was mir da einfällt? Du hast noch Pulled Pork auf dem Grill? Ich wusste was. Nein, aber der Camillo, der Grillweltmeister von 2008, hat mir Pulled Pork Montag mitgebracht und habe es einfach nur kalt gestellt und nicht mehr... Ich wollte das gestern als Personalessen machen. Das ist voll vergessen. Ja, und jetzt? Ja, geil. Ich kann Pulled Pork gleich essen. Danke. Danke, dass du mir das gesagt hast. Der macht sein Pulled Pork halt fest, nur damit er den Sud benutzen kann für was anderes. Darf ich es, glaube ich, nicht verraten, wofür. Weil es ein Geheimnis ist. Weil der grillt ja auch für Meisterschaften. Aber er hat quasi Pulled Pork vom Smoker als nicht Abfallprodukt, sondern als Produkt, was er momentan nicht mehr losbekommt. Und dein halber Froster ist voll. Du sollst er mir schicken? Wenn du mich hörst, schick es mir. Ich brauche dringend mal ein gutes Pulled Pork wieder. Also ich glaube, er ist gerade bei Folge 54. Er hört ja all unsere Folgen nach im Auto. Oh. Ja, und... Da ist das Zeug doch schlecht, bis er hier angekommen ist. Steck ihm das mal, steck ihm das mal. Die Saison fängt doch gerade erst an. Ja, aber er hat ja jetzt schon den Froster voll. Das könnt ihr euch da mal austauschen. Du hast doch bestimmt immer noch irgendwas von deinen Schweinen, oder? Ja, das war nämlich genau das Problem. Letzte Woche, der Froster platzt aus allen Nähten. Meine Frau war sich am aufregen, dass sie da nichts mehr reinbekommt. Gerade jetzt mit Babybrei und so. Und dann ist eine kleine Schweine, ein Stück Schweineschulter dann aus dem Gefrierfach gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, versuchst du nochmal Pulled Pork. Das war aber wirklich ein ganz kleines Stück, eineinhalb Kilo nur. Also wirklich so ein ganz Miniring. Ich habe das gerabbt, zwei Tage in den Kühlschrank gelegt, dann im Backofen, 120 Grad. Und es war, glaube ich, sechs Stunden drin. Und diese Phasen in diesem blöden Stück Fleisch, die können dich ja wirklich, also Temperaturphasen, diese Punkte, die können dich ja wirklich wahnsinnig machen. Also du guckst auf das Thermometer und über eine Stunde bewegt sich nichts. Obwohl, das war echt unglaublich. Und normalerweise... Das hat irgendwas mit den Kollagenen und Allmösen und Anglösen. Genau. Wie heißt es nochmal? Plateauphase, glaube ich. Plateauphase, genau. Weil ich habe ein Rezept, das war vom alten Burgerbüro noch für den Backofen. Das habe ich mir mal rausgesucht. Und da haben die, eigentlich reicht man zweieinhalb Stunden pro Kilo Fleisch. Es wären aber locker drei Stunden. Und ich hatte es ja sechs Stunden drin für eineinhalb Kilo. Da habe ich gedacht, das muss doch fertig sein. Es war aber nicht fertig. Also ich hatte eine Kerntemperatur von 82 Grad. Und auf 92 musst du ja. Nach sechs Stunden. Und ich habe gedacht, so jetzt ist es mir auch egal. Die Außenstücke waren dann halt schon besser zu poolen. Ich meine, bei eineinhalb Kilo ist das nicht viel außen. Ich habe drei Burger damit gemacht bekommen und dann war gut. Aber ich habe echt gedacht, leck mich doch am Arsch. Also das ist so unkalkulierbar. Aber warum hast du denn so einen Stress gemacht? Ich hätte den Ofen noch vielleicht auch nur auf 100 Grad gestellt und dann einfach mal zwölf Stunden oder so drin lassen. Ich habe ja alle guten Dinge sind drei. Ich werde es wieder versuchen. Also meine Frau fand es unglaublich lecker. Also ich hatte meinen Mob, also die Flüssigkeit. Heißt ist es, glaube ich. Aber ich sage auch immer Mob dazu. Also wenn du das sagst und ich, dann ist das genau richtig. Dann ist es gesetzt. Das ist gesetzt. Aus Apfelsaft, Schlenkerler Rauchbier aus Bamberg. Oh cool. Ahornsirup, Zwiebeln und Äpfelchen hatte ich halt so einen Mob gemacht, mit dem ich das immer wieder eingegrieben habe. Und super. Also Apfelessig kann ich auch empfehlen. Ja. Also ja, Nummer zwei habe ich dann somit auch wieder erfolgreich verkackt. Gerade was die Zeiten angeht. Also ich glaube, keine Ahnung. Ich werde das dann 24 Stunden im Ofen das nächste Mal machen, bis das Ding komplett am Arsch ist. Also ich würde es gerne mal drüber haben. Ich habe jetzt so oft drunter gelegen mit der Temperatur. Also ich würde gerne mal wissen, ob man das auch übergaren kann. Ob das überhaupt passieren kann. Ich bin ein wenig Pulled Pork frustriert. Deswegen brauche ich ein gutes Pulled Pork. Schickt mir ein vakuumiertes Pulled Pork und nicht das aus dem Rewe von Tulip Fertiggrützel. Weißt ein bisschen Arsch. Aber das Problem ist ja, dass der Burger der Woche auch noch gleich kredenzt wird. Hm. Schwierig, schwierig. Womit fange ich an? Der wird gleich kredenzt. Zum Probieren oder was? Ja klar. Also sagen wir so, wir müssen das noch ein bisschen ausbalancieren bei dem Burger. Also wir haben die Grundzutaten schon alle drin. Der Fertig. Der Bärlau ist zu heftig, ja? Nee, diese Woche kein Bärlau. Unser allererster Gast von der fetten Kuh und allergrößter Fan und Stammgast, der Till, der auch Laden einmacht und die Street Food Festivals organisiert. Das ist so ein Mega-Food-Trick und der hat sich einen Burger der Woche gewünscht. Also sagen wir so, er hat glaube ich schon seit Januar wünscht er sich diesen Burger. Und ich schiebe es immer nach hinten. Und er möchte gerne einen Burger haben, der wie ein Ban-Me ist. So ein Ban-Me-Sandwich. Kennst du die? Ja. Und ja, da haben wir schon so miteinander länger ran getüftelt. Aber erzähl doch mal, was ist ein Ban-Me, damit die hören? Ban-Me ist so ein vietminesisches Baguette. Die waren irgendwie von Franzosen besetzt oder aus der Kolonialzeit. Auf jeden Fall essen die dort Baguettes. Die sind ein bisschen softer als die französischen, die wir kennen. Und oben, diese Kruste ist auch viel dünner. Die sind nicht so hart gebacken. Und diese Baguettes werden dann halt belegt mit frischem Gemüse, mit Mayo, mit Schwein meistens, Pork Jelly. Und was machen die noch drauf? Koriander. Das sind so die Aromen, ne? Ja. Und das machen wir jetzt halt als Burger, ja. Was ist Pork Jelly? Ja, hier einfach Schweinebauch. Die kochen den halt so lang. Der quillt ja dann nochmal auf. Und das Fett und so, das wird ja alles so glasig und so, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. So kann man das ungefähr sagen. Das ist so, so wie so ein Jelly halt aussieht. Ja. Und wir haben jetzt, ich habe dieses geile, ich habe ein paar Angebote reingeholen lassen und habe dieses The Duke of Berkshire Fleisch bestellt. Also Schwein, ne? Schweinebauch von dem. Das ist irgendwie eine alte Rasse. Die hat jetzt Handelshof exklusiv. Stimmt, ja. Bei einigen Züchtern lassen sie sie nur für sich aufzüchten. Und ja, da weißt du schon mal auf jeden Fall, wenn du das kaufst, dass sie gut aufgewachsen sind und du keinen Scheiß verkaufst, ne? Ja. Ne? Und ja, das hat mir ganz zugesagt. Und ja, da habe ich mal 50 Kilo gekauft. Und das habe ich vorgestern auf gestern schön sous vide gegart. 18 Stunden. Und das ist so richtig schwabbel-schwabbel geworden, das Zeug. Schön mariniert mit Ingwer, Koriander, Sojasauce, ein bisschen Honig, ein bisschen, ähm... Wird das jetzt Pork Jelly oder ist das dann aufgeschnitten als Braten oder...? Das ist an Scheiben aufgeschnitten. Mhm. Und... Das haben wir dann nochmal mit dem Sud vakuumiert. Mhm. Und das legen wir dann aber nochmal auf die Grillplatte, damit das schön karamellisiert. Oh. So ist der Plan. Dann haben wir unten hoh marinierte Möhren, Rettich, frische Gurke. Mhm. Und, ähm, machen ein bisschen Sesam-Mayo drauf. Das ist so eine kleine Abwandlung. Normal kommt Mayonnaise drauf. Thorsten Goffin hat mir auch gesagt, dass man, ähm, mit Hühnerleber oder Schweineleber eine Paste macht. Und dann, ja, und wahrscheinlich, ähm, wird sowas dann sein und das dann nochmal auf einer Seite einstreicht. Mhm. Aber das war mir ein bisschen zu viel, weil wir ja noch Burger vielleicht im Gegensatz zum normalen Banmir ja drauf haben. Auch noch, okay. Also, ich erkläre dir mal den Aufbau, wie wir es machen. Brötchen, Unterseite, ne? Also Baguette oder eure Brötchen? Unsere Brötchen im Baguette-Style haben wir mit unserem Bäcker entwickelt. Ich glaube, der hat bald einen ganzen Katalog, ne? Letzte Woche noch extra Eiweißbrötchen aus den, ähm, Fingern gesogen, ne? Stimmt, die Fitnessmesse, ja, ich erinnere mich. Ja, ey, mega, mega krass angekommen. Also, das war, ne? Die haben uns sehr willkommen gefühlt anscheinend und, ähm, ja, haben uns am Wochenende zerstört. Also, ja, ich musste Montagmorgen schnell an den Niederrhein fahren, Fleisch kaufen. Nur so viel dazu. Oh je. Ja, ähm, die fressen ab, weißt du, die essen ja auch alle mit doppelt Fleisch und so direkt, weißt du, die essen, ne? Egal. Hallo? Das sind Sportler. 400 Gramm Beef muss das schon sein, wenn man einmal in einer fetten Kuh ist, ne? Ja. Ja. So, also, erstmal das Brötchen, dann machen wir Sesam-Mayonnaise drauf. So ist der Plan gerade, ne? Also, dann kommt das Fleisch schon, also gar keine Salaten und so, und dann kommt obendrauf rohmariniertes. Das, also, dann fängt quasi das klassische Ban-Mi-Ding überhaupt an, ne? Also, rohmarinierte Gurke, äh, Möhre und Rettich, ne? So ein bisschen mit Reisessig, ein bisschen Rien dran, ne? Ein bisschen Zucker, je nachdem, dass es schön süß-sauer ein bisschen ist. Danach kommt, ähm, schon das Fleisch, also das sous-vide gegarte Schwein, der Schweinebauch. Und dann ein richtig fetter Haufen Koriander. Fetter Haufen. Ein fetter Haufen Koriander. Wird das bestellt mit Koriander? Ich hab so, ähm, viel, viele Leute, die einfach überhaupt kein Koriander mögen. Ja, es gibt, ähm, ist, ist ja auch so, ähm, aber, boah, also, jeder fünfte oder sechste, der einen Guacamole-Burger bei uns bestellt, der heißt ja Ahuacamole bei uns, ähm, ist, glaube ich, mexikanisch oder so, keine Ahnung, ähm, der, die sagen dann, so kann ich ihn auch ohne Koriander haben. Aber das folgt, und, aber der, der, der Koriander ist ja bei uns schon mitten in der Guacamole drin, ne? Deswegen geht's leider nicht. Tut mir leid. Und dann müssen sie es so essen, wenn sie es nicht wollen, müssen sie sich was anderes nehmen. Ja. Gehört halt dazu. So erzieht man die genau. Ja. Tut mir aber auch. Kulinarische Erziehung. Ja. Jetzt, wo wir gerade, äh, bei Burger sind, wir haben, äh, ein Comment, äh, zur letzten Folge, oder? Ne, doch, Kf6, 106, ähm, geht gerade um Burger, also der Michael hat gefragt, ähm, ob wir schon mal die Patties ungewöhnlich gewürzt haben. Also jetzt nicht unbedingt, um den Fleischgeschmack dann zu überdecken, ähm, aber er, äh, denkt da dran, zum Beispiel mal mit Currypaste oder Zimt in dem Fleisch zu arbeiten. Was sagst du dazu als Burger-Profi? Ich, äh, ich bin eigentlich nicht so der Fan von gewürztem Fleisch. Also, in dem Fleisch mach ich sowieso nie was. Ne, das machen ganz viele anders, ne. Ich hab jetzt auch hier die neuen Bücher gesehen, Burger Unser, Burger Bibel und was nicht gesehen. Und, ähm, ja, machen die das auch überall mit rein und so. Und ich bin da, ich find einfach, das ist so ein Ding, was unangetastet bleiben sollte, meine Meinung, ne. Ich bin da absoluter Fan von, ne. Ne, als andere ist dann immer so direkt, ähm, Kebab oder so für mich. Was wir mal gemacht haben ist, ähm, ich hab so eine Art Gyrus-Gewürz, ähm, selber gemacht. Also ich hab geguckt, was kommt ein Gyrus-Gewürz rein, ne. Hab das alles, ähm, schön selber zusammen gemischt. Und dann haben wir das draufgestreut ein bisschen, ne. Also, dass du so diesen Gyrus-Taste hast am Fleisch. Kam auch sehr geil. Mhm. Aber, ähm, ja, kann man mal machen, ne. Aber, ähm, ja, kann man mal machen, ne. Aber, ähm, also man hat aber doch auch Probleme. Es hat, äh, irgendwann haben wir, äh, irgendwer hat das erzählt. Ähm, gerade wenn man, äh, das Fleisch innen salzt, das Patty, ähm, hat man ja auch wieder ein Gar, ein Problem, den Patty zu garen, oder? Weil das Salz dann, ähm, irgendwie Wasser zieht, oder innen, also, es kocht dann eher innen, ne. Ja, also, es passiert auf jeden Fall was. Finde ich auch so. Also, du hast halt, äh, das Problem, dass er innen eher anfängt zu kochen und nicht von außen nach innen, äh, gar. Das heißt, ich kann's jetzt nicht genau mehr erzählen, ähm, äh, aber deswegen salzt du eigentlich ja nur obendrauf. Also von außen. Genau. Also, ich bin auch nicht mehr ein Fan von so einer Art Kadelle zu machen und dann, ähm, das zu grillen. Ja. Liebe einfach rohes, schies Hack und von außen würzen, ja. Also, der Michael hat hier, äh, vorgeschlagen, halt die Currypasta oder Zimt mit ins Fleisch zu geben und würde dann als Topping irgendwie Aubergine, Kartoffelstroh oder Moussaka, also er würde so in Richtung Moussaka-Burger gehen damit. Aber ich weiß auch nicht, ob man unbedingt das Fleisch dafür antasten müsste. Also, ähm, Kartoffelstroh und Moussaka finde ich schon, ist schon nice. Aber ich glaube, ich würde an dem Fleisch dann nicht unbedingt was machen. Ich kann ja irgendwie überlegen, über eine Mayonnaise oder so den Geschmack noch zu steuern. Ja, genau. Ne? Ist ja auch so eine Sache. Ja. Vielleicht eher so. Also, ich muss auch sagen, ich habe, äh, letztes Wochenende mich nochmal, obwohl unser Hotdog steht ja, unsere beiden, ähm, aber noch ein bisschen, äh, Lektüre besorgen wollen und habe das Weber-Hotdog-Buch, äh, mir bestellt beim Buchhändler meines Vertrauens. Warum hast du mir nicht vorher Bescheid gesagt? Ja. Na, erzähl, wie findest du es denn? So, ich, ähm, bin in den, äh, Buchhandel meines Vertrauens gelaufen und, äh, der Ralf reicht mir was über den Tresen, hat, hier, guck da mal rein. Ist aber ganz schön scheiße, das Buch, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Rezepte da drin sind, es sind drei Hotdogs drin, ansonsten geht das um Wurst auf Pizza und Sandwich und also es... Ich hab's echt nicht verstanden. Ja, also echt peinlich, wenn du da Hotdog vorne draufschreibst und in dem Buch geht's halt... Nicht primär um Hotdogs. Und das war wieder so ein Moment, wo du sagst, geh doch zum Buchhändler deines Vertrauens. Ja, äh, sagte Ralf, ich hab hier im Schaufenster ein Hotdog-Buch, das ist halt echt gut. Ähm, schau doch da mal rein. Hab ich da reingeschaut, das sind wirklich, jedes Rezept ist wirklich ein Hotdog aus der ganzen Welt. Da sind auch die ganzen, äh, verschiedene, äh, Dinge aus Südamerika drin und sowas. Ähm, aber... Ja, ähm, wie heißt das Ding? Heißt das nicht sogar Around the World? Hotdogs Around the World oder so? Warte ich, äh, das... Ja, Hotdogs Around the World, ähm, kostet fünf Euro mehr, wie das von Weber, aber da geht's halt wirklich, äh, um Hotdogs von vorne bis hinten und, äh, ja, das war dann... Ich hab's mitgenommen und das andere Buch konnte ich dann da lassen. So, deswegen geht man zum Buchhandel, ne? Ja, auch, ja. Also, man sollte öfter mal überdenken, ob man was bei Amazon bestellt oder... Gerade Bücher. Aber was man bei Amazon natürlich bestellen könnte, wären Sachen von Wunschlisten. Stimmt, wir haben noch Wunschlisten verlinkt auf dem Küchenfunk, äh, oben rechts. Ich habe da auch ein paar Sachen reingesteckt. Auch für den kleinen Geldbeutel. Ähm, äh, 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 ja, 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 ähm, ich würde da sagen einfach mal, dass, ähm, der gute alte Buchhandel nicht zu unterschätzen ist. Und deswegen macht ja auch Amazon, glaube ich, jetzt bald ihre erste Filiale auf. Ja. Da habe ich irgendwie gehört, in London soll das bald soweit sein oder so. Ja, ähm, und das Hotdog-Buch ist, glaube ich, sogar vom Edition-Fackelträger-Verlag, oder? Ja. Genau. Die machen nur gute Sachen. Ja. Äh, dann noch ein weiterer Tipp, das habe ich, äh, beim Holgi in der Wirrenheit in der Flaschensendung gehört, der Christoph Raffelt. Ähm. Macht auch Hotdogs. Nee, der macht keinen Hotdogs, es geht um Bier. Und, ähm, der hat eine Craft-Bier-Box gemacht, das ist so ein bisschen in das Thema Craft-Bier einzusteigen, äh, und das Ganze auch noch spielerisch zu machen. Ähm, ist auch so ein bisschen Tasting-Anleitung für zu Hause, man kann sich so ein paar Biere kaufen, ähm, hat so Aromareder, ähm, kann einfach sich so ein bisschen spielerisch, äh, an das Thema ranwagen. Ähm, und, äh, ja, wird da auch so ein bisschen... Mit Quiz, mit, äh, mit, äh, Fachwissen versorgt. Äh, äh, kostet 20 Euro. Und, äh, ja, man kann sich halt recht schön so ein Aromarat, äh, selbst dann, ähm, erstellen. Ähm, also ich werde es mal verlinken, äh, man kann sich auch nur diese, diese Tasting-Karten einzeln bestellen, ähm, wenn man nur die bräuchte, um sich einfach mal so ein kleines, äh, Archiv anzulegen, was an den Bieren für einen super lecker war. Äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne, äh, Geschichte. Steht auch auf meiner Wunschliste. So, muss ich mir, muss ich mir mal angucken. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Die Dortmunder Bieragentur macht ja auch, glaube ich, Ähnliches und, ähm, es gibt da auch, es gibt da auch ein, ähm, kleines, so ein Büchlein, was so in die Richtung geht. Ähm, von, wie heißt es denn hier? Die kleinen schwarzen Büchlein. Ähm, 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 Moleskine. Äh, man hat auch sowas extra für Bier. Ah, okay. Hm. Ich sehe gerade, ähm, bist du am, am 23. April ist ja das Bierfest 500. Ach, hör bloß auf damit, ey. Ich will da hin. Ja, ich stehe dann im Weinberg und mache Hotdogs. Ich kann da hin. Ich wurde jetzt schon zweimal da eingeladen. Die haben mich gestern nochmal eingeladen, damit es nochmal doller wehtut. Irgendwie. Die Bierorientur hat direkt am Anfang mich vorgeschlagen. Irgendwie als Blogger. Irgendwie vor fünf Wochen oder sechs Wochen schon. Die machen das ja da, das Brauseminar. Mhm. Und die feiern da 500 Jahre Reinheitsgebot im U. Im U. Ja, also als Dortmunder kennt man das natürlich. Mhm. Wenn man am Hauptbahnhof steht, ist da ein Riesengebäude da, wo ein Riesen-U drauf ist. Mhm. Mhm, ja. Und, ähm, dann denken wir an das, hm, ein ganz schön großes U-Bahn-Gebäude, so als Tourist. Aber, ähm, das gehörte, ich hab letztens mal einen Bericht drüber gesehen, das gehörte der Unionsbrauerei dort, ne? Mhm. Und war einfach eine mega-gigantische Bierbrauerei mitten in der Innenstadt. Ach so. Ja, und, ähm, die sind leider, ähm, irgendwie dann aufgekauft worden, dann wurde das ausgelagert, nach, äh, außerhalb, man ist das Gebäude, stand da leer und dann haben sie es irgendwie wieder, ähm, jetzt benutzen die das halt für, ich glaub, was machen die da drin, irgendwie Ateliers und irgendwie, keine Ahnung, ähm, Agenturen sind da, glaub ich, auch drin und sowas. Das ist kein Museum und sowas, irgendwie, irgendwie so ein Misch aus allen. Und jetzt machen die halt auch irgendwie so Brauaktionen da drin. Ja, das hört sich mega gut an. Also Bierbrauen, äh, macht man mit, ne? Also Bierbrauen Part 1, äh, die Zutaten, das Maischen, das Läutern, das Kochen, das Gären, äh, das hört sich, äh, verlockend an. Aber ich hab leider auch keine Zeit. Ich verlinke's mal, äh, in den Shownotes, ihr habt ja dann noch eine Woche Zeit, euch da anzumelden, wenn ihr natürlich nicht, äh, eher bei mir Hotdogs essen kommt. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, schade, schade. Ja, schade, schade, schade. Auf jeden Fall da hin, ja. Ja, das kann man trotzdem sehr empfehlen, ja. Ah. Tja. Ach, ich hab noch was. Alles wieder an einem Tag, sag ich dir. Jetzt, äh, nächstes Wochenende, wenn ihr das sonntags hört, ist es sogar schon einen Tag, ähm, um, vielleicht fällt es euch aber auf anderem Wege in die Hände, ähm, die Rheinzeitung war letzte Woche bei mir und, ähm, hat, äh, mich, äh, interviewt oder ein, äh, macht ein Porträt über mich im Journal, das heißt, äh, überregional in allen, äh, Rheinzeitungen sollte am folgenden Samstag, äh, äh, mein Konterfei prangeln und ich habe ein Rezept gemacht, über das auch geschrieben worden ist. Es war echt eine schöne Geschichte. Die Redakteurin war hier und, äh, wir haben echt einen schönen Nachmittag zusammen verbracht, viel erzählt und, ja, gekocht und gegessen. Ah, cool. Ich hoffe, es kommt jetzt auch am Wochenende, ähm, äh, es war mal so angedacht. Ich bin gespannt. Ich habe, äh, mein Rezept... Kannst du das nicht fotografieren und online stellen oder so? Ja, ich werde es auf jeden Fall, äh, das noch machen, ja. Ähm, wenn ihr es aber nicht in der Originalausgabe irgendwo zu sehen bekommt, ähm, es ist aber halt Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, wie weit die Rheinzeitung noch nach Köln geht, das wird wahrscheinlich schon schwierig. Ich glaube, Bonn ist auch schon schwierig. Ähm, rate mal, was mein Rezept ist. Ähm, ähm, Tüppelkuchen. Nein. Pulled Pork? Ha, 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 schlug. Ein Burger? Nein. Ähm, ach. Das ist jetzt aber schon einfach. Irgendwas mit Schwein? Ja. Weindog? Nein. Aber ich denke zu doll um die Ecke, oder? Keine Ahnung. Blutwurst. Ah. Ich bin doch Mr. Blutwurst. Blutwurst. Schön. Ja. Das ist eh das Jahr der Blutwurst, habe ich so ein Gefühl. Spargel mit Blutwurst. Sehr schön. Habt ihr schon Spargel bei euch? Ja, es war jetzt, äh, weil wir ja das letzte Woche ja schon gehabt haben, äh, Spargelsaison geht ja jetzt heute. Ich glaube, gestern wurde es in Köln, ging es los, glaube ich. Ähm, wurde offiziell angestochen, so wie ich das, äh, im Radio gehört habe. Ja, also Spargel, äh, ja, Wetter ist aber noch scheiße. Also in Köln gibt es ja hier dieses Feld, was beheizt ist, ne, das darf man nicht vergessen. Ja, gut. Ja. Also es ist schon deutscher Spargel gewesen, den ich dafür gekauft habe, aber, ja, ist halt noch unter Plane gezogen und, äh, mit Hilfsmitteln. Aber die Saison geht jetzt los und ich habe gedacht, so ein bisschen, äh, saisonales, äh, in Zept reinbringen, wäre schon, äh, wäre schön. Ja, vor allen Dingen, wenn es jetzt rauskommt, ist er mitten in der Spargelsaison, ist er richtig so gut. Genau. Also, äh, Thema ist, äh, Sauerei vom Spargel. Ja. Spargel, gebratene Blutwurst, Bacon-Schaum, Kräuterseitlinge, Pistazienpesto. Pistazienpesto, ja, okay, passt zu Blutwurst, ne? Spargel, also. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber ich bin. Das war eine mega, mega leckere Kombination, also gerade auch mit Bacon-Schaum, ne? Also, mit Bacon-Schaum schmeckt, glaube ich, alles. Also, das Ding hat echt, äh, fast Charakter von der Hollandaise gehabt. Ich hab, äh, also Bacon-Schaum so einfach zu machen, geht zum Metzger, lasst euch Endstücke vom Speck geben, schmeißt das in Sahne, kocht das eine halbe Stunde, holt den Speck wieder raus und dann einfach mit dem Mixer rein das aufschäumen, also mit dem Pürierstab und das Ding irgendwo draufschmieren, zur Not auf eure Frau oder auf euren Mann, keine Ahnung, das Zeug schmeckt einfach nur, ist einfach nur Hammer, da ist nichts drin, da ist kein Salz drin, da ist kein, weiß weiß ich, kein Ei drin, ähm, könnt ihr also einen Veganer vorsitzen, Entschuldigung, äh, Vegetarier vorsitzen? Nee, nee, okay, war nicht so witzig. Wäre eigentlich auch eine geile Sache, ein Burger mit Spargel und Bacon-Schaum. Ja. Ich möchte mir auch irgendwann mal einen Burger bei euch wünschen. Wenn der das darf, warum darf ich das nicht? Der kommt jede Woche zu uns, mindestens, also der kommt einmal die Woche den Burger der Woche essen und der wird auch öfter mal normalen Burger essen, dann kommt der nochmal. Ja, super, ich wohne halt nicht da, immer wenn ich in Köln bin, will ich zu euch. Du kommst ja auch immer nur dienstags zu uns, oder? Weiß ich das nicht? Wo warst du letztes Mal essen? War da auch ein anderer, The Bird warst du, du bist uns untreu geworden und dann bist du ein Burger der Woche von uns? Ich kann da ja nicht hier, ihr liegt halt nicht auf dem Weg zum Stadion. Hallo? Ich hatte kein Auto und mit der Bahn zu euch auf dem Weg zum Stadion, das ist echt mega scheiße. Ich hatte ja letztes Mal die Wahl zwischen The Bird und daneben, wie hieß denn nochmal, Burrito Rico. Und dann kriegst du direkt so einen Hater-Kommentar vom Küchenjungen auf Instagram. Ich hab ihn immer noch nicht verstanden. Vielleicht war ich in dem Moment so betrunken oder keine Ahnung. Nee, es ging halt darum, Martin hatte das Bild gepostet vom Burrito, irgendwie ein Reis-Burrito-Ding. Ja. Und ich hab drunter geschrieben, auf was für einem Trip bist du denn? Es ging aber nicht um den Burrito, weil zwei Bilder vorher war der liebe Herr Block im Little Link und hat einen Cocktail mit einer Gummiente obendrauf. Und das zog sich den ganzen Abend dann so weiter, dass er, keine Ahnung, auf welchem kulinarischen Trip der Martin an diesem Abend war. Es war auf jeden Fall, ja, das war meine Frage. Es war ja nicht mal mein Burrito, muss man ehrlich gesagt sagen, aber ich hab was davon probiert, das war von Maike. Ich hab mir da Kessadilla geholt. So, ganz nett gewesen. Little Link, mega geiler Laden. Da waren wir ein paar Cocktails trinken. Und was war es mit der Gummiente obendrauf? Ja, pass auf, die haben so drei, vier Cocktails, die halt ein bisschen anders ausschauen. Die haben zum Beispiel einen Drink, der wird in einer Popcorn-Tüte serviert. Okay. Da haben die eben halt so einen, der heißt, ich glaub, der hieß Donald Duck, ich weiß es gar nicht mehr, ah, verdammt. Und der wird in so, sieht aus wie so ein Beutel, wie so eine Capri, so, nur transparent, ne? Da sind ja eben halt auch so ein paar Sachen noch mit drin, ein paar Eiswürfel und so. Und dann wird der Cocktail da reingegossen und dann kommt da oben drauf eine Gummiente. Und so ein paar, so quasi optische Gags haben sich für ein paar Cocktails ausgedacht. Die machen auch sehr viel mit Schäumen und ja, ist schon halt einer der krasseren Cocktailbars. Ich glaub, die haben auch mal ein Kochbuch gemacht, auch im Edition Fackelträger Verlag sogar. Also ich hab vor dem Laden schon, ich weiß nicht, ob da mal irgendwas war, wo wir eingeladen waren. Ja, die Maya hat da mal ein Barfood-Bloggerabend gemacht. Die hat da mal das Barfood versucht, dort bekannter zu machen. Die haben da auch so Pulled-Pork-Sandwich und so Geschichten. Ah ja, okay. Daher, das ist auch so das erste Mal, dass mir der Name so um die Ohren flog. Aber wir hatten doch auch diesen Thomas-Henry-Event bei euch. Da wurden doch auch Barkeeper prämiert. Ich glaube, da ist der Name auch gefallen. Ja, das ist so, das kann gut sein, ja. Ja, das ist halt so einer der Besten hier in Köln. Sagen wir mal unter den Top-3-Bars ist das, glaube ich, schon mit dabei. Ja. Ja, Top-5. Martin, da müssen wir mal hin, wenn ich dann irgendwann nochmal in Köln bin. Es geht, also, es geht auch da richtig ins Geld. Also 10 Euro ist der günstigste, glaube ich, 9,50 kostet der günstigste Cocktail. Und dann geht's steil nach oben. Okay, dann gehen wir besser in die polnische Cocktailbar. Dann kannst du ganz so haben, glaube ich, bei 13,50. Wodka-Bard, nicht Cocktailbar. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne, ja, also das ist schon, ja, wenn man es mal richtig gut gehen lassen will. Deswegen war das Essen dann auch nur Burrito Rico danach. Okay. Was aber auch ein interessantes Konzept ist. Das ist wie ein Subway, nur mit Burritos und Quesadillas. Also kannst du das dann auch so frisch wählen, ne? Burrito ist ja mal irgendwie was Cooleres als so ein Subway. Und es ist halt keine Kette. Das heißt, es ist irgendwie nicht irgendwelche vakuumierten Beutel von denen, die irgendwie durch die halbe Republik geschickt werden, ne? So, sondern die machen das da alles frisch. Die haben eine mega gute, voll übertriebene, also für den Laden, das ist halt wie auch so ein Subway, aber so vom Interieur-Look eher wie das Café Ernst, ne? Also so Industriell-Look auch, was jetzt auch jeder Laden sein muss irgendwie anscheinend. Und die haben da halt mal einen halben Kühlschrank voll mit verschiedenen Profactum-Bieren, was ja absolut keine schlechte Sache ist, ne? Die sind zwar prinzipiell schon mal ein bisschen teurer, aber die haben ja auch so immer noch den Pionier-Status in Deutschland. Ja. Und sehr, sehr geile Biere haben sie da. Und dann, weißt du mal, eben so ein Burrito-Laden, ein Pale Ale zu trinken oder so oder ein IPL, fand ich schon sehr cool. Das stimmt voll, ja. Es fehlte leider noch das fette IPL und das fette Wies. Das habe ich direkt bemerkt. Ich muss da nochmal hin. Hast du direkt Werbung gemacht? Naja, ach, glaubst du nicht, dass der Chef an der Kasse steht um Freitag, was ist, Samstagabends um 11 Uhr oder so? Ja. Ich glaube nicht. Sehr schick er da an. Direkt neben The Bird auf der Aachener. Okay. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Mega krass Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Also echt günstig. Wir hatten eigentlich geplant, zu Metzger und Marie zu gehen, aber der Laden war ja komplett voll aus Ausgebucht vorher. Ja. Messe halt, ne? Ja. Letzend. So, zum Ende hin, Martin. Was fehlt? Ja, es fehlt das. Ich wollte dich noch kurz fragen. Du hast bei Snapchat angemeldet. Wo sind deine Snaps? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe Snapchat. Snapchat. Snapchat, ne? Ja, siehst du, daran liegt es schon, an der Aussprache. Nein. Ich will hier niemanden anders für Aussprachen wissen. Schneide ich mir nur ins eigene Fleisch. Ja, ähm. Ne, ähm. Ja. Mega cool. Da passiert einiges. Guck dich da mal um. Ja, aber ich, immer wenn ich da reingehe, sehe ich nix. Da kommt nix. Keiner macht was und ich, keine Ahnung. Du musst, du musst erst mal dein, dein, ähm, die, du musst, wenn du, du siehst ja, wenn du das anmachst, siehst ja nur das Kamerasymbol, also du siehst, die Kamera geht an, ne? Du musst mal nach oben scrollen, also so swipen und dann siehst du da so ein Logo. Das ist dein Logo. Das musst du screenshotten, ne? Oder eben, kannst du auch runterladen und dann kannst du das mal online stellen. Dann können die Leute dich adden, ne? Dann habe ich aber immer noch nichts gesehen. Dann kannst du die zurück adden und dann siehst du, was die posten und dann musst du auch posten. Also, das ist mega lustig, wirklich. Aha. Vielleicht muss ich das mal mit dir anfangen, dass ich mal sehe, aber irgendwie, ich, die Culinary Pixel hatte irgendwie von ihrem Trip nach Glasgow da was gemacht. Das war ganz witzig, das zu sehen, aber sonst. Ja, genau, sowas, und das habe ich jetzt schon mit, ja, ich meine, was Culinary Pixel erlebt gerade so, dass da mit dem Trip und so war schon extrem krass, ne? Aber sowas habe ich jetzt mit drei, vier Food-Bloggern und da siehst du so den Story, was die so am Tag machen. Dann kochen die auch mal Gerichte, ne? Komplett im Snapchat. Mega, mega schön. Also, irgendwie eine ganz neue Plattform, die da entsteht. Ich bin schon seit Oktober dabei, aber letztes Jahr war echt schon nix los, ne? Und jetzt seit einem Monat geht das so durch die Decke. Mhm. Und wenn ich einen Snap mache, wird das so im Durchschnitt 30 Mal gesehen, ne? Also, das ist ja nicht so, die gucken ein Foto an oder klicken mal auf den Blog. Sondern, die ziehen sich einfach rein, was du da minutenlang laberst, ne? Das ist das Faszinierende. Und ich habe auch schon stark wieder aussortiert bei Leuten, denen ich folge. Weil Leute, also Food-Blogger und so folge ich grundsätzlich schon mal, aber es gibt auch Leute, die irgendwie einen Scheiß labern, die mich dann halt auch gar nicht interessiert. Und du kannst nicht 20 Minuten am Tag dir angucken, was andere Leute machen. Ja. Das ist einfach viel zu viel. Aber das ist sehr, sehr interessant, ne? Okay. Vielleicht, also ich habe mich ja jetzt mehrfach wieder versucht, mal immer wieder reingeguckt und versucht, da einen Fuß reinzukriegen. Also einen Gedanken, aber irgendwie... Man versteht es am Anfang auch einfach gar nicht. Das ist so. Ich muss es mir auch erst mal von zwei Leuten zeigen lassen. Also ich konsumiere das lieber wie jetzt erst mal, um das zu verstehen, um was es geht und danach dann auch vielleicht selber was da einzustellen. Aber im Grunde ist es ja darauf ausgerichtet, dass du erst mal nur publizierst. Das Erste, was du siehst, wenn du die App öffnest, ist die Kamera. Und wenn du Pech hast, sogar noch deine eigene Fresse. Das ist doch abschreckend. Eben halt nicht. Ich glaube, das macht die Leute gerade so neugierig. Und du solltest einfach mal posten, posten, posten und einfach mal gucken, was passiert. Ja, vielleicht werde ich es einfach mal tun. Ja, es ist auch eine mega gute Werbung für dich. Also, glaube ich, kannst sagen, ja, hier ist mein neuer Blogbeitrag. Es geht darum, bla bla bla. Kannst du drei Worte dazu sagen. Schmeißt einen Link rein. Ich habe ja zum Beispiel Werbung gemacht, dass wir heute podcasten. Also, ja. Ja, wurde mir zum Beispiel nicht angezeigt. Hast du auch nicht zwei Minuten, bevor wir die Sendung angefangen haben, hast du auch nicht Snapchat geguckt, ne? Ja. Ja, das stimmt wohl. Ich, äh, vielleicht, wir machen den Podcast jetzt hier nicht mehr. Wir gehen jetzt auf Snapchat. Ihr könnt uns. Da haben wir dann wenigstens 30 Leute, die uns zuhören. Genau. Nein, nein. Ne, das wollte ich nur so am Rande noch erwähnt haben. Sehr gut. Coole Sache. Folgt mir at LightNightBlog. Nichts Hubs von Hubs. Nein. Das ist halt, ähm, ich glaube, ich habe es über Twitter damals irgendwie gemacht oder so. Ja. Deswegen. So. Wir sind den Leuten noch ein Rezept schuldig. Genau. Ich habe, ich habe mein Zufallsrezept. Ah. Chefkoch Zufallsrezepte. Äh, meins ist Dattelmandeltart. Herrlich aromatisch mit Orangenblütenwasser von Fruit Tree. Im Durchschnitt, ah ne, Null am Tag. Okay. Ähm, ja, sieht ganz, sieht ganz lecker aus. Ähm, so Tarts sind, finde ich, auch immer sehr schön zum, äh, zum Nachtisch. Vor allen Dingen kann man sie gut vorbereiten. Ähm, und sieht echt lecker aus. Frische Datteln scheinen da drin zu sein. Mürbeteig. Würde ich machen. Es hört sich aber auch allein von der Überschrift einfach schon richtig lecker an. Ja. Und dann dachte ich mir schon so, hm, jetzt kommst du drauf an, wie das gemacht wird. Und dann so, mit so Orangenblütenwasser, bestimmt mega gut. Also, das wird, äh, so ist ein bisschen so orientalische Richtung, ne? Ja. Französisch orientalisch, so Crossover, mega geil. Und dazu einfach ein bisschen Eis und dann als Nachtisch, Vanilleeis oder sowas. Lecker. Ja. Ich habe den Winterswicker Schweinekrustenbraten mit Kräutergemüse und Spätzle. Aha. Also, das Rezept, ähm, ist eigentlich nur der Schweinekrustenbraten. Also eigentlich schon fast das Thema, was wir verhinderten. Und der wird mit Paprikapulver, Sojasauce, Erdmussöl, Honig, Malzbier und Gemüsezwiebel gemacht. Ähm, ja, klingt wirklich ganz, ähm, gut. Also, zehn Minuten die Schwarte kochen mit Salz, einritzen, dann 30 Minuten im Backofen, dann mit dem Malzbier beträufeln. Und dann am Ende nochmal zehn Minuten die Kruste aufpoppen lassen unter der Krüllstufe. Ja, kann man nichts falsch machen. Ganz anständiges Rezept. Es war kein Weltwunder oder so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, warum der schreibt mit Gemüse und Spätzle, weil, ne, dann schreibt er unter 500 Gramm Spätzle und 200 Gramm Möhren. Ich meine, das kann man ja einfach als Empfehlung drunter schreiben. Vielleicht fehlt es dem Rezept ein bisschen am Feinschliff, Feintuning. Hat auch nur drei von fünf Sterne bekommen. Ah. Sterne bekommen, ja. Also, so vom Grund auf hört es sich aber erstmal ganz anständig an. Ja. Joa. So, das war jetzt unlustig. Ja, manchmal sind die Rezepte leider auch unlustig. Ja. Manchmal ist das auch irgendwie so lecker bis anständiges Essen. Ja. Sehr schön. So, dann bleiben wir zum Ende hin einfach noch. Geht bei uns auf die Seite, schickt uns Audiokommentare. Also, einen haben wir bisher. Es kann gerne weitergehen. Kommentiert uns sonst, wenn ihr eure Stimme selber nicht hören wollt hier drin und schreibt uns Fragen, Wünsche, Sorgen und Nöte. Ansonsten flattert uns durch. Geht auf iTunes, bewertet uns dort super. Oder wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns lieber eine E-Mail. Das muss ja kein anderer lesen, wenn es euch nicht gefällt. Ähm, ja. Ja, sauber. Sauber. Wir sind wieder durch für diese Woche. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch persönlich sehen. Am liebsten beim Wine Dog Essen am Dernauer Weinfrühling am 23. und 24. April. Oder beim Burger Clash den Martin am 21. Mai besuchen und für seinen Burger Voten. Ja. Klopft uns auf die Schulter, sagt, hey, ich bin Küchenfunkhörer und schreit rum wie in der Zalando-Werbung. Äh, das geht runter wie Öl. Ja, mindestens. Mindestens. So, so wie in der Zalando-Werbung. Zalando? Zalando? Zalando. Zalando-Werbung. Ich sag's dir. Jut, jut. Ich esse jetzt mal einen Pulled Pork. Arschloch. Der Küchenjürger versucht da noch irgendwie mal was sowas zu machen. Ja, am besten machst du mir einen Snap. Mentionst mich und ich, äh. Ich snap gleich, wie ich Pulled Pork esse und den Ban-Mi-Burger. Sehr schön. Er stieg dran. Mhm. Und dann noch ein Ale Mania dazu. Oh ja, ja, jetzt reib's rein, ey. Aber erst um halb eins, das Bier. Nicht vor zwölf. Ja, sehr schön, ja. Voll Kids-Kontrolle. Hats Leben, Hats Leben, Hats Leben. Okay, jetzt, äh, doch zum Ende. Nur weil wir ja eben schon die Culinary Pixel hatten, äh, geht mal bei ihr auf den Blog. Die hat ein, ähm, ein schönes Rezept. Das hab ich jetzt am Wochenende ausprobiert. Jedenfalls den Fond hab ich schon mal gekocht. Ein Dashi-Fond, äh, aus Räucherfisch. Aus Räucherfisch hab ich auch noch nicht gehört. Das hast du sogar schon gegessen, du Vogel. Ein Dashi aus Räucherfisch? Ja. War das nicht in Regensburg auf dem, äh, äh, in Regensburg auf dem Foodcamp? Hat da nicht, äh, der Herr Goffin mit ihr zusammen, äh. War das nicht aus Räucherfisch, oder? Ach nee, ich glaub, das war das erste Foodcamp. Ja, siehst du, du Vogel. Ja. Auf jeden Fall, äh, einfach mal aus Räucherfisch einen Fond kochen. Ähm, ich hab's jetzt vorbereitet. Und wenn ich Glück habe, gibt's in, äh, diese Suppe heute Abend. Ähm, steht im Kühlschrank und ich bin sehr gespannt. Ich werd's verlinken. Ja. Äh, riecht mega gut. Also... Fast so gut wie Pulled Pork. Ja. Ah. Ansonsten Küchenjunge, ich seh gerade auf my deals, ähm, bei Burger King ist auch gerade der extra Long Chili Cheese Burger im Angebot mit Pommes und Softdrink für nur 4,49 Euro. Mmh. Danke, Martin. Du bist echt, äh... Fürsorglich, ich weiß. Die Sonne an meinem Horizont. Ja. So ein schöner Morgen. So ein schöner Morgen. Ja, ich mach mir jetzt noch einen Kaffee. Ich trinke auch noch einen. Macht's gut. Und lecker. Und lecker. Bis dann. Tschö. Ciao. Du Dreck-Sau. Jetzt ist langsam gut mit deinem Scheiß-Pult-Borg, ey. Ich hab das sogar voll vergessen, dass du was krankes an der Geschichte. Schön wär, wenn er jetzt verschimmelt wäre und du den Schimmel da runterkrabben könntest. Der ist schon weg. Ich dachte, den dürfen wir mitnehmen. Nein. Das wär geil, wenn jetzt deine Kollegen... Boah, ey, das Gesicht würd ich gern gleich auch im Snapchat sehen. Ich hab ja genug Zuvide, Schweinebauch hier. Ist auch sehr geil. Du musst jetzt liefern. Du musst jetzt liefern. Wenn du gleich keinen Snap lieferst, wo du deinen Pulled Pork isst... hm? 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 Das war's für heute.